Mein Name ist Ingo Hain, bin 47 Jahre alt, Kfz-Meister und Ausbilder hier im Betrieb. Ich bin Kfz-Meister wirklich und arbeite auch dementsprechend hier in dem Bereich als Ausbilder. Die Ausbildung hier im Betrieb beinhaltet verschiedene Aspekte. Ein Großteil natürlich für den Kfz-Mechaniker in der Werkstatt, aber durchaus auch in der Annahme im Kundenumgang, dass da möglichst viele Aspekte abgedeckt werden. Auszubildende bei uns im Betrieb werden nach technischen Fähigkeiten ausgesucht, nach sozialen Kompetenzen ausgesucht. Wir veranstalten in der Regel Probetage, wo man sich gegenseitig ein bisschen beschnuppern kann, wo sich herausstellt, inwieweit schafft der mögliche Auszubildende denn auch erst mal Einstiegsarbeiten und ob es demjenigen, derjenigen dann auch mit uns passt und gefällt. Das ist durchaus auch wichtig, dass sich beide mögen und erst mal so ein bisschen kennenlerne. Da entwickelt sich ein Gespür dafür, ob es denn passt oder nicht. Es macht Spaß, Auszubildende auszubilden. Natürlich. Sonst würde ich das auch nicht machen. Junge Menschen an dem Beruf heranzuführen, den ich mit Herzblut ausführe, macht einfach Spaß. Ich habe mich mit Herzblut aus, das ist ein Gespür. Ich habe mich mit Herzblut aus, dass ich mit Herzblut ausführe, macht einfach Spaß. Ich habe mich mit Herzblut aus, weil ich mit Herzblut ausführe. Vielen Dank.